Das Hotel de la Rose liegt in Jesolo in Y Nation, Venedig. Das Hotel de la Rose ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 23 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,1 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 23 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine bessere Lage für ein Hotel kann es nicht geben, so sehen es die Gäste des Hotels und bewerten den Standort mit 6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,2 von 6 Sonnen. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,2 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die Sport- und Unterhaltungsangebote werden als sehr gut von den Gästen bewertet. Sie vergeben 5,1 von 6 Sonnen. Service 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,2 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.